Nach und wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge A Living Nightmare. Auf der rechten Seite natürlich wie immer der Steve mit am Start. Hallo Tim. Große Pause. Große Pause, genau. Oh wir kriegen Klatsche. Wir kriegen das Maul. Ja das Problem ist, ich sehe erstmal nichts. Loser. Loser. Aber ich kriege wirklich... und die Backenfutter gerade, glaube ich. Ja mal gucken, wie lange noch hier. Okay. Okay, es war ein Albtraum. Leute, warum habe ich da oben Gehirn und da ist ein Auge und Batterien und... Okay, machen wir erstmal aus hier. Loser. Wer hat das gesagt hier? Loser? Loser? Loser, Loser, Loser. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Was ist das hier? Eine Batterie. Du siehst, du siehst übrigens an den Lampenstrahlen im Lichtkegel, wie die Batterie runter geht. Bist du denn für ein Bulli? Hä? Wie, wie, wie? Er hat mich geschlagen. Hä? Warum, warum, warum kriegt mein Gehirn? Warum? Wie, warum, weshalb? Ja, was ist denn jetzt meine To-Do? Warum kriege ich denn weiterhin Schaden? Also deine Sanity... geht wieder ein bisschen runter? Ja, aber... woran mache ich das aus? Ich glaube, weil der Typ hier gerade ein paar Jemen hat. Und, äh, wir müssen gucken, weil, äh, du verschwendest die ganze Zeit Batterien. Eine ist schon weg jetzt. Ist egal, ja, komm, wir ziehen sie durch. Wer nennt mich ihr Loser? Oh, weiter. Ehhh, Alter, was denn? So, komm her, hier. Oh, das ist aber ein paar... Oh, ho, 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 da hängen aber noch ein paar Orde-Keenapp-Pil dran, mein Lieberherr. Schön! Oh, Katz, so, schön, wir leben anscheinend auf dem Friedhof, oder an einem Friedhof. Wunderbar. Ein Traum wird wahr. So, können wir springen, wenn ich da diese komische Rampe sehe? Nee. Was ist denn? So, da kommt wieder Kloppy. Komm, her, ich bin schon alles gut. eigentlich ja komm wir werden wir machen jetzt hier ein bisschen um aber ich weiß nicht warum warum und kriegt er den Schaden und was ist denn mit meiner Sennetis ist das Problem einfach weil ich dich im Licht stehe oder es sollte ich hier das hier nehmen gehören mit ihm mit ich nehme erst mal noch die Batterie ich weiß nicht ich weiß nicht ich hoffe nicht machen wir das Licht aus ja denn sehe ich ja richtig viel naja die Frage ist ob denn eventuell irgendwie der Wahnsinn wieder runter geht ne tatsächlich ich werd mal im Licht stehen ohje da kommt da vorne kommt er es sind zwei es sind zwei es sind zwei warte mal ich glaube ich muss hier jump and run warte mal hier rein nein nein nicht hier rein diese 2 existiert nicht kann ich hier rüber springen auch nicht hier komm ich auch nicht hin ohje ich müsste ich würde gerne hier hin game over return to the menu ok was ist denn Was ist denn das für ein Spiel, Alter? So, komm, du hier vorne irgendwo durch. Da kommen wir durch. Warum komm ich hier nicht durch? Da kommen wir durch. Aber hier durch. Nee, komm, oh doch. So, ich hab die Batterie nicht aufgenommen. Dann drehst du doch mal ne extra Runde ums Haus. Dann machst du doch noch mal ne extra Runde, mein Freund. Eine, meine Rune, eine, meine Rune. Aber wo soll man hin? Nee, hier kann ich gar nicht. Jetzt? Meine Güte. Das ist die gute Frage, wo wir jetzt hin sollen. So, guckt hier mal. Kommt man da durch? Ja, da kommen wir durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte mich eigentlich bei der Lampe hier gerade kurz akklimatisieren. Aber ich darf nicht. So, das sieht so aus. Bis ich wieder irgendwie, äh, ja. Da ist er. Okay, da kommt er. Los. Keep on running. Keep on running in the free world. Okay, komm ich nicht durch. Nein, ich bin in Ruhe. Vor allem, wozu ist denn dieses Auge da? Das zeigt das unseren Stealth-Modus an irgendwie? Ja, das zeigt das, dass er zum Beispiel, er ist jetzt nicht mehr hinter mir. Irgendwie, wenn das Auge so, so, so gräulich ist. Ja. Wenn es hell ist, dann, dann... Das werden wir sehen, quasi. Genau, dann sind sie geil auf uns. Okay, dann gehen wir mal hier in das Haus ran. Ja, gleich, gleich, gleich. Ich will die Sanity so weit wieder safe haben. Weil, er gehört schon wieder... Und da läuft schon irgendwie am Haus rum. Äh, äh, nicht, nicht. Der ist gerade da drin. Oder egal. Und hier wieder die Arm-Nachrichten. Das war das Game, Alter. Super-Game. Hide and seek. Ähm, weil, ja, also, I don't know. Äh, wir, wir, ja, äh, ja, äh, ja, einfach, ja, mehr kann ich grad nicht sagen, außer ja. Manchmal gibt's keine anderen Worte für die spritzige Erfahrung, die man grad mit diesen Spielen gemacht hat. Irgendwie, ja, wenn ihr wollt, dass wir nicht nochmal so eine Spiele spielen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und hinterlasst vielleicht ein Like da oder abonniert den Kanal, es würde uns sehr freuen. Hilft uns vorher besser andere Spiele auszusuchen. Ach, ich bin so kacke in Abnot, irgendwie. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. İndер turmoil. Tschüss. Tschüss. Rolex.